So, Ion Beautiful Temple Adventures, der Vlog von heute und zwar hatten wir heute wieder ein Raid-Erlebnis, ich bin immer noch am Kugus fahren, ich nehme das hier gerade nach meinem Patch-Notes-Video auf, und zwar hatten wir wieder ein Raid-Erlebnis und zwar, Grüße gehen raus an einen bestimmten Kleriker und einen bestimmten Kantor meiner Gruppe, ich werde jetzt die Namen nicht sagen, weil es ein bisschen unfair ist, weil ich weiß, dass es aktive Spieler sind und dass es ihre Main Chars waren, aber bitte, Freunde, ich weiß, dass wenn Captain of Devils Damage sind, man trotzdem heilen kann, tut nicht so, als werdet ihr nicht da und heilt nur euch selber, ihr Pfosten, das ist so dumm, ja, der Kantor, den ich meine, ja, der hat zwei Templar und drei Gladys oder zwei Gladys und noch irgendeine Stoffklasse in der Gruppe, mein Gott, das ist keine Kunst, das zu heilen, bei so einem Raid-Ink, ne, das schafft man auch als Kantor, aber warum muss man dann auf Damage bleiben, warum hat man Wut-Zauber ab, du geboosteter Hurenzauber, Oh mein Gott, bei sowas, da kacke ich ab, das 5K-Schild von dem anderen Templar, das hat mehr Damage prevented, ja, als du und zwar im ganzen Raid, Idiot Beautiful Temp-Adventures, der Vlog